so hallo und schön dass du eingeschüttet hast wir waschen jetzt schwarze wäsche ich habe hier noch per wall renew care caps und genau da habe ich noch wenige drin die wollte ich eigentlich für germany geben aber das lohnt sich jetzt nicht diese paar stücke zu geben ich kaufe dir einfach neue eine neue packung und dann schicke ich sie dir ich nehme zwei stück und dann nehme ich und ich war gestern echt zufrieden mit dali und deswegen benutze ich jetzt auch dali für die schwarze wäsche also es riecht sehr sehr süß ihr müsst das mal probieren das ist auch richtig billig da kommt jetzt so ein ganzes volles teil rein und ja dann gebe ich jetzt die wäsche rein kleider socken police und so weiter so genau wir sehen könnt als nächstes wird es nur muss meine maschine gereinigt werden denn sie sieht gar nicht mehr schön aus und und ich benutze nicht da benutze ich war die color und style also das ich bin wieder ein bisschen erkältet so genau und dann gehen wir einfach gleich auf schnell mix schnell mix mit wasser plus schleudern mache ich immer eigentlich höchste stufe so so Machen wir das mal zu. Was habt ihr heute vor an einem Samstag? Ich weiß gar nicht, was wir heute machen. Um, ja. So, ich gebe jetzt schon mal Wasser, weil das Wasser wird eh nicht reichen. So, ich gebe jetzt auch einig. Okay. 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 Vielen Dank. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich gebe noch ein bisschen Dali. 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 Also irgendwie scheint es nicht, wie ich will. Das ist meine letzte Kappe. Dann kommen wir zum Weisspüler. Wie ich euch schon gestern gezeichnet habe, ist mein Weihnachtsethischen Weisspüler. Wir tun noch ein bisschen Traumfrisch. Das wird jetzt die Farbe etwas verändern, aber ist egal. Das ist jetzt ein bisschen nett geworden. Jetzt ist es intensiver. Und dann wird es schon so verschwinden. Das ist ein bisschen Dali. 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 Dali. Das ist ein bisschen 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 Dali. Und ich habe mal Bajo. Das ist ein bisschen Dali. Das ist schnell sauber. Dann haben wir Dali Daesh, ja, ich nehme einfach Daesh, weil sie hat auch in ihrem Video Daesh Color Gel gekauft, ich nehme hier die Waschpulver, okay, schau mal, ob ich schaffe das mit einer Hand und ich war heute bei der M, ich habe gesehen, Henkel hat jetzt Kosmetik und ich habe die Nagellack gekauft, ist nicht teuer, ist 2 Euro irgendwas, ist von Schwarzkopf, Henkel und ja, ich finde, das ist einfach sehr, sehr schön. Waschliebe hat goldene Orchidee, ich habe im Moment keine goldene Orchidee, aber sie hat auch Formil genommen in ihrem Video, Formilpulver, also Formilpulver habe ich noch nicht aufgemacht, weil meine ist leer, aber ich habe im Moment da liegt und schau mal, wenn ich das aufmache und ich finde ihre Weihnachts, ähm, Weichspüler Mix sehr, sehr schön, ich muss das auch sofort machen und einfach in meiner Wäsche benutzen, aber hier in meiner Wäsche, ich nehme Mauritius Gran bei, ich hoffe, aber ich glaube, sie hat auch Bali oder Porto oder sie hat auch so viele Wild, zum Beispiel Wildspring, Wildspring hat sie auch gemischt und alle ist einfach grandios und auch stark, deswegen werde ich auch sofort probieren und diese Weichspüler Madonna von André ist leer, habe ich benutzt für meine Handtücher und Bettwäsche, oh mein Gott, ist einfach herrlich, einfach herrlich. Ich hoffe, ihr habt sehr, sehr schönes Wochenende und einfach ohne Stress, einfach relaxen und einfach weiter, weiter schönes Wäsche waschen, kochen, kochen oder Serien schauen, so wie dein Herz begehrt, egal was du willst, also momentan, äh, meine Bettwäsche ist schon eh entrocknen, dann später, dann später habe ich sehr, sehr schönes Bett. Wenn du neu bei Waschliebe bist, dann nicht vergessen, abonniert bei ihr, Waschliebe, ich bin Faye Germany, ich hoffe, gefällt euch meine Wäsche, nicht vergessen, wenn du liebst, starke Waschmittel, aber du willst nicht nach Waschmittel riechen, probierst doch, entweder weiße Riese oder Dali. Dann, ich hoffe, gefällt euch alle, schaust du auch bei Waschliebe vorbei, sie hat auch sehr, sehr schönes Weichspüler gemacht und sehr schönes Waschpulvermix gemacht, Ich glaube, sie hat für euch alle gemacht, Blue Mare, das muss ich auch machen, weil ich habe noch die Formelpulver. Dann, schönes Wochenende euch alle, wir sehen uns an unserem nächsten Video. Tschüss. 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 Chatcode.